Tschö, meine Freunde! Willkommen zurück zu Stichsel! So. Ja, wir warten auf die 2000 Öcken am nächsten Tag. Können aber nicht schlafen gehen, weil wir es gerade erst Mittag haben. Vielleicht hätte ich ja auch einfach die Zeit erstmal voranschreiten lassen sollen. Bis wir... Bis der nächste Tag ist. So. Heps. Reden wir noch ein bisschen mit den Leuten hier. Hi, Oskar! Irgendwann beschädigt Stuten durch Mut will ich das vorstellendes Rathaus. Es wird mit Poster von zum Ausrasten süßen Katzen zugeklebt. Wette, mein Besen, dass es Eris ist. Eris? Ich liebe es, nachts im Wald zu sein. Manchmal geht einem sogar ein Schwarm Glühwürmchen ins Netz. Das ist wirklich unvergleichlich. Na? Mach ich doch, bin dabei. Kostet aber nur mal Schweinegeld, meine Liebe. Hey. Halt, ich kämpfen muss, sodass es auch nicht gestuft wird. Bei meinen kreativen Verhandlungen konnte ich erst ja durchwachsen. Das wird mit Katzen zugeklebt. Da habe ich kein Problem mit. Wir könnten natürlich jetzt auch schon mal anfangen... Ja, das könnten wir eigentlich machen. Das ist eine sehr gute Idee. Wir könnten eigentlich schon mal anfangen, so langsam den Weg auch zu... Rosemary's House zu ebnen. Dann, 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 dann. Frag mich nur, in welcher... Ah, Entschuldigung. In welcher Farbe ich Rosemary's House machen werde. Rosemary's, so diese kleine mit weißen Haaren. Weiß ist ja schon unser Haus. Deswegen würde ich das nicht machen. Hier würde ich nämlich gerne dann so den Weg zu Rosemary's House. Das heißt, wir müssen eigentlich hier einiges abtragen. Außer wir machen hier auch wieder was mit Treppen hin. So, also wir machen hier so die Treppen. Laufen dann hier so hoch. Und bauen dann hier zum Beispiel das Haus hin. Das wäre eigentlich eine Idee. Das ist eine gute Idee. Habe ich den Briefkasten dabei? Ich habe ihn noch dabei, sehr schön. Dann holen wir erstmal unsere Halloween-Sense raus. Ich finde die so geil. Das, 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 das. Das ist ja tatsächlich so mein Lied schon. Scheint, dass die Leute so langsam LPG Gamer Radio ausschalten, wa? Oder beziehungsweise nicht mehr aktiv sind. Hier zu das Haus hinbauen, hätte doch was. Ich würde nur halt einfach gerne noch, Moment, das können wir eigentlich mal machen. Ähm, mal so. 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 Zack. So, dann brauchen wir natürlich auch noch die Axt. So, zack. So, hier so pop, 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 pop. Moment. Wie nach vorne. Was? Das Dach ist, ach, der pliziert die Pasteurissime. Das ist ja Quatsch. So. Meine Schaufel. Da. Oh. Final Fantasy 12. S-Bar. Heißt das S-Bar-Battle. Da. Das. Dad. Da. 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 Na. 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 Danke, Oskar. Man muss sich aber bedanken, wenn der hier sauber macht, ne? So. Der Hausmeister geht wieder... Der Hausmeister... Der Bürgermeister geht wieder auf Inspektion. Der kennt ihn nicht, den Hausmeister Maximilian. Ey, ich finde das einfach so geil, wie die den Weg benutzen, die ich baue. Ich feiere das richtig. Dum, 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 dum. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Moment, Schaufel. So. 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 Perfekt. Hebs. Erledigt. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Einfach in den. Okay. Wow. Ne, ich habe einen Fotenstuhl. Okay. So, wir haben 2000 und ein pinkes Holz. Oh, jetzt weiß ich, wo mir jetzt erstmal rote Dachteile. Sammelt Bienen. Okay. Oh, Moment. Bin sofort wieder da. Niesanfall. Boah. Niesanfall. Sorry. Och. Drei Nies auf mal. Manchmal kommt noch ein vierter hinterher. Bin grad. Ich warte grad darauf. Und ich glaube. Ich glaube, ich brauch gar nicht so lange warten. So, da bin ich. Hahaha. So, hier. Davon brauche ich ordentlich. So. So. Alles an Geld ausgegeben. Ria. Na, Wollen. Noch keine Post. Okay. Ich habe die... Was war das denn? Hä? Hä? Der erntete grad von alleine. Ähm. Hallo? Hörst du mal auf damit? Der hat grad von alleine geerntet. Ohne, dass ich was gedrückt hab. Kannst du auch aufhören damit? Oh, dann ist das immer noch nicht erntetbar. Erntetbar wieder hier, ne? Ohne, wir müssen warten, bis die Landreihe noch nachgewachsen sind. Ohne, wir müssen warten, bis die Landreihe noch nachgewachsen sind. So. Ich gieße mal den Kram hier noch. Ich werde hier aber auch nichts Neues anpflanzen. Also der Dings wird reichen für mich hier. Der Mais. So, dann gucken wir mal, was wir denn für die paar Kürbisse kriegen. Wir haben 27 Kürbisse. Patsch 16.000 Hört sich doch gut an Dafür, dass die fast 9 Tage gebraucht haben zum Wachsen Holy Moment Mann, 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 ey Weißt du was, ich glaube, die verkauft die gleich direkt Dann können wir direkt das Geld auf die Kassen wieder Hey, Wallen Wallen, du hältst dein Buch noch in der Hand Wollte ich nur mal so ermerken Ist Dings jetzt aufgetaucht? Nee, ne? Nee Guck ruhig mal rum, ob Kites hier aufgetaucht Wie dieser hieß So Finde ich auch So, sehr schön Jetzt haben wir wieder ordentlich Money Money, 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 Money So, davon kaufe ich jetzt erstmal noch ein bisschen So viel brauchen wir davon ja nicht mehr Ich nehme mal 50 erstmal mit So, 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 so Sehr schön Danach Wollte ich ja gucken, wie ich die Patisserie noch auskleide Und zwar würde ich Obwohl, weißer Boden wäre, glaube ich, besser, ne? Nein, wir nehmen den hier Wir nehmen den hier Ich weiß nicht, wie viel ich brauche Ich nehme auch erstmal so 80 mit Obwohl, ach, Quatsch, wir nehmen 100 mit So, da, 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 da So, und dann brauche ich noch blau Hast du keine blauen Dachteile? Alisa Doch da Weil Zack, 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 zack Wie gesagt, die anderen beiden Dach-Dächer mache ich natürlich flach Und werden einfach nur flach So, 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 so Ach, herrlich So viel Geld zu haben ist einfach nur toll So Ab nach Hause Heps, Heps Yay Oh So So Verbauen wir erstmal das pinke Holz Hey ihr Obwohl, ich würde sagen, ich gieße erst einmal Ein Mais müsste doch noch abzuernten sein Sobald ich das weiß Das war ja, ist ja ein Nachtzügler So Fun Fact Ich wollte schon nichts mit dem Aufnehmen aufhören Aber ich komme nicht dazu Weil das so unglaublich Spaß macht Dreck Jetzt habe ich noch eine Pflanze, die noch aberntbar sein müsste Ach, ist egal, ich werde zum Morgen mit abgeerntet So Patisserie Ich glaube, die 50 Ich glaube, da habe ich mir ein bisschen zu sehr Berechnet Ich glaube, ich werde noch ein bisschen zu optimistisch gedacht Zack 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 Oh, ich kann die auch gleich bestellen Ist ja egal Zapps, 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 zapps Zack Zeine Wahrscheinlich auch nicht reißen Reichen wird So Ach So. 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 So, naah. So. So, sop, 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 bzzz. So, wunderbar. Ja, wie gesagt, das reicht vollkommen nett. Das waren jetzt 100, das heißt, das wird mir mal nicht mal reichen, 100. Hebs. Na, Luffy. So, dann bestellen wir mal. Pink. 100. Danke. Hat grad ein bisschen gelaggelt. So, dann. Paar Kettbohnen, da ist er. So, manchmal 150 draus. So, Gudi. Dann machen wir jetzt das mal am Dach, um zu schauen, wie viel es da braucht. Stimmt, ich muss ja auch noch... Entschuldigung. Muss auch noch die Verbindungsdächer bauen. So. 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 Wie gesagt, das wird ein flaches Dach jetzt einfach hier. Da kommt nicht noch mehr Dich drauf, das wird einfach flach sein. Genauso wie das andere hinten. Also eine Werkstatt. So. So. Einfach damit, dass es sich erstens auch irgendwie ein bisschen abzeichnet von unserem Wohnhaus. Und ich irgendwann auch fertig werden. Dann würde ich sagen, das machen wir ganz deutlich. Wir haben bald Winter. Ich hätte gedacht, so ey, zum Winter haben wir das fertig. Pfff. Pfff. Pussu. Das war Wunschding. So. Schick. So. Ja. Toll. Hebs. Hebs. Und... Neu. Mist. Ah. So. Der Charakter läuft viel zu schnell manchmal. Das ist einfach das Problem, so. 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 Okay, da hinten komme ich leider nicht ran. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger hier. Mist. So. So. Ich geh'n grade anscheinend ein Stück bergauf. So, sehr schick. So, so. So. Und, ach, Mist. Ein Fehlboost muss ja sein, ne? Heps. Ah, bauen, 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 bauen. So, 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 so. Herrlich. Das reicht jetzt vollkommen, das ist gut. Wir hätten doch die Kante schon gemacht. Perfekt, das hat genau gereicht. Wunderbar, bitteschön. Morgen ernte ich euch, kriege ich noch ein bisschen Zusatzgeld. Heps. Ja, wie bereits erwähnt. Das wird vermutlich nicht reichen. Bob, 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 Bob. Natürlich. Der letzte, ne? Bobs. Der letzte muss natürlich wieder... Hier, komm, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Mhm, also noch rote Platten müssen wir kaufen. Da, 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 da. So, Moment. Rot. Rote. Und zwar brauchen wir ordentlich davon. Ich würde mal sagen, ich kaufe einfach noch Jux und Tollerei 200. So. Das heißt für das, dann brauche ich noch Gelb. Für die Übergänge. Gelbe. Nein, Gelb. Da. Da. Brauche ich auch noch mal 200 von. Davon kaufe ich... 100. So, dann... Blau. Da. Da brauche ich auch noch mal 200 von. So, perfekt. Haben uns komplett pleite gemacht und... Aber wir haben alles, was wir erstmal benötigen jetzt für unser Haus. Ding, dong. Bing, bang. Das Festival ist zu Ende. Nein. Naja. Jetzt wird wenigstens enden wir wieder normal Tag und Nacht. Oh. Die braucht aber anscheinend ziemlich lange noch zum Nachwahr zum Wachsen. Hey, 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 hey. Okay, so. Wie sieht's hier aus? Das müssen wir natürlich auch noch alles wässern hier. Du bist fertig. Du bist auch noch. Hier, du bist auch fertig. Du bist fertig. Jetzt kommt wieder die Ernte des Maises. Oh, da hinten sind... Vertrocknete. Ah, wieder mal ein Lied mit Gesang. Das bedeutet... Zwangsmulik. Alter, ich hab hier fast alle vergessen. Was hab ich denn getrunken, ey? Ist ja schon tragisch. Dann, dass man nicht irgendeinen Bewohner fragen kann. Du, hier, wenn du Langeweile hast, nichts zu tun hast. Magst du so ab und zu mal meine Pflanzen gießen? Weil die laufen hier sowieso permanent durch und haben anscheinend nichts zu tun. Ach, entschuldige. Ich hab da hinten sogar vergessen, eine Pflanze abzuernten. Schande auf mein Haupt. Ich glaub, ich werd auch jetzt schon mal das Geld einholen für... Wollen ist so verbuggt, wie's aussieht. Der trägt die ganze Zeit das Buch mit sich rum. Ich glaub, ich werd mal gleich schon mal... den Mais hier in die Verkaufskiste packen. Klar, das wird vielleicht den Preis dann senken für die nächste Fuhre. Aber das ist ja... Es geht einfach um das Geld. Das wird zumindest schon mal ein bisschen Geld wieder haben. Weil die Anschaffungen, die letzten Anschaffungen hier ja gerade mit... für die Dächer und so... hat ja den letzten Rest gefuttert, den wir hatten an Geld. So... Ach je, es tut mir leid. So... So... Batsch. Dann 170 Mais. Boah. Das ist ziemlich wenig. Das ist viel mit bescheidenes Geld, muss ich sagen. Hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber... Tja. Tja, was man sieht, ne? So, was hab ich denn jetzt hier? Ich hab eigentlich gerade... Als nächstes hab ich natürlich die Sachen... Aber Leute, ich würd mal sagen, ich beende die Folge mal für heute. Ja, beim nächsten Mal bauen wir dann weiter an unseren Holz und an der Patisserie. Und... Schau mal, was der Wind da so mit uns nicht bringt. Also dann, ciao! So qualinnen? Ja, keine Fig